Daher Putin droht dem Wessel Vergeltung? Nein, sowas darf man sich nicht gefallen lassen. Man muss ihm gleich sagen, du willst eine Vergeltung für die Sachen, die du gemacht hast. Ja, nein, wir dann dich herausfordern jetzt. Und stellen wir sich auf und sagen, du kriegst jetzt Schwierigkeiten, ja. Was du glaubst, was du magst, doch wirklich, ja. Wir lassen von dir nicht alles auf der Nase tanzen, ja. Sondern wir halten uns zusammen und stehen zusammen auf, ja. Und zeigen dir, wo es lang geht, ja. Ja, ja, so wie du es machen, tust doch, ja. Können wir nicht mit mit dir, ja. Wir können nicht alles sich gefallen lassen, ja. Sowas kommt gar nicht in Frage, ja. Der tanzt uns auf der Nase herum, ja. Das brauchen wir uns nicht gefallen lassen, ja. Ja, darum müssen wir ihm zeigen, wo es lang geht, doch, ja. Das kann nicht geben, ja, dass einer ein Krieg von Zorne bricht, doch, ja. Und dann tut er uns noch trauen, ja. Na, das lassen wir uns ja nicht gefallen, ja. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Einer tanzt herum, ja, wie ein Wolf und glaubt, doch, ja. Er wird die ganze Welt schlucken, ja. Und wenn wir nachgeben, immer nachgeben, ja. Dann haben wir schon verloren, ja. Auch wir haben wir dann Bomben, ja. Wenn du sterben willst, sterben wir alle, ja. Ja, so geht es, und nicht anders. Dann wird er vielleicht vernünftig, ja. Und setzt sich am Verhandlungstisch, ja. Und sagt, na, wir haben es heute probiert, doch, ja. Ja. So kann es sich geben, ja. Wir lassen uns nicht alles, ja, gefallen, ja. Was der Russ sagt, weil, will, ja. So, 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 nicht, doch, ja. Ja, denn wir sind eigene Staaten, ja. Wir lassen sie uns nicht verbieten, ja. Ja, auch wir haben einmal genug, auch ja.